überwältigt sie alle, und sie rannten schreiend zum Portal. Die Wachen ließen ihre Piken fallen und versuchten gleichzeitig ihn durchzustürzen, sodass sie es durch das Gedränge nicht ohne Verletzungen schafften. Arus folgte ihnen, und der halbblinde Postumo trockelte ihnen nach und flehte sie an, ihn nicht allein zurückzulassen. Er taumelte gegen die Hintersten, sie warfen ihn zu Boden und trampelten streiend in ihrer Furcht über ihn hinweg. Er kroch ihnen nach und als letzter versuchte Demetrio, sich hinkend zu retten, während er immer noch sein Gewand auf die heftig blutende Wunde drückte. Wachen, Wagenlenker, Nachtwächter und Inquisitor, ob verwundet oder unverletzt, stürzten schreiend auf die Straße, wo die Wachen, die den Tempel beobachteten, ebenfalls von Panik erfasst wurden und ohne eine Frage zu stellen, mit den anderen des Hasen Panier ergriff. Conan stand allein im Korridor mit den drei Toten. Er verlagerte seinen Griff um das Schwert und trat in den unheimlichen Raum. Kostbare Seidenbehänge bedeckten die Wände, Seidenkissen und seidenbezogene Divane standen in großer Zahl herum. Über einen schweren, vergoldeten Paravent schaute ein Gesicht dem Chimeria entgegen. Conan starrte voll Staunen auf die kalte, klassische Schönheit dieses Antlitzes, deren Gleichen er unter Sterblichen noch nie gesehen hatte. Weder Schwäche noch Mitleid, noch Grausamkeit noch Güte, noch irgendwelche anderen menschlichen Regungen verrieten dieses Gesicht. Es hätte die Marmormaske eines Gottes sein können, aus Künstlerhand entstanden, wäre nicht unverkennbar Leben in ihr gewesen. Ein kaltes, fremdartiges Leben, wie der Chimeria es noch nie kennengelernt hatte und es auch nie verstehen konnte. Er dachte flüchtlich, von welcher statnodenhafter Vollkommenheit der Körper hinter dem Schirm wohl sein mochte, da das Antlitz von solch überirdischer Schönheit war. Aber er konnte nur den fein geformten Kopf sehen, der sich leicht von Seite zu Seite wiegte. Die vollen Lippen öffneten sich und sprachen ein Wort, ein einziges Wort nur mit einem klangvollen Vibrieren wie das der goldenen Glocke in den Dschungel verborgenen Tempeln von Kitai. Es entstammte einer fremden Zunge, die vergessen war, noch ehe die Reiche der Menschen sich zu ihrer Größe erhoben, aber Conan wusste, was es bedeutete. Komm, komm. Und der Chimeria gehorchte mit einem verzweifelten Sprung und einem zischenden Hieb seines Schwertes. Der unirdisch schöne Kopf flog vom Körper, schlug an einer Seite des Paravents auf dem Boden auf und rollte ein Stück, ehe er zur Ruhe kam. Da ran ein Schauder über Conans Rücken, denn der Schirm schüttelte sich unter den Zuckungen des Körpers, der sich dahinter befand. Der Chimeria hatte unzählige Männersterben gesehen, doch nie hatte er davon gehört, dass ein Mensch in solchen Todeszuckungen solcher Geräusche fähig war. Das Wesen, das eigentlich tot sein müsste, schlug und stieß mit einem ohrenbetäubenden Krachen um sich. Der Paravan wackelte, schwankte und kippte schließlich, bis er mit einem metallischen Klirren vor Conans Füßen landete. Und dann konnte der Chimeria dahinter sehen. Jetzt erst bemächtigte sich seiner das Grauen. Er rannte so schnell er konnte, und weder verringerte er seine Gehgeschwindigkeit, noch hielt er ein einziges Mal an, ehe nicht die Türme von Numalia mit der Morgendämmerung weit hinter ihm verschmolzen waren. Der Gedanke an Seed und an die Kinder Seeds, die einst die Erde beherrscht hatten und jetzt in ihren dunklen Grabkammern unter den schwarzen Pyramiden schlummerten, war grauenvoller als ein Albtraum. Hinter dem vergoldeten Paravan hatte keinem Menschenkörper gelegen, sondern der schimmernde, zusammengerollte Leib einer riesigen Schlange. Und damit endet diese Kurzgeschichte. Was haltet ihr davon? Also ich weiß, es ist ja auch immer ein Format, wo Leute sich zu unterschiedlichen Zeichen dazu schalten. Aber wie gesagt, ich fand es ganz spannend, weil es zur Abwechslung mal tatsächlich ein Kapitel war, in dem ganz, ganz stark der Dialog im Vordergrund stand und die halt wirklich viel, viel miteinander geredet haben. Also und tatsächlich war der Kampf ja irgendwie relativ kurz, das war vielleicht irgendwie eine, anderthalb Seiten, dass Conan die zur Sau gemacht hat und dann ist halt rausgekommen, ah, da ist irgendwas ganz, ganz Arges. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum Robert E. Howard an der Stelle die Szene mit dieser Schlangenperson, also es wird immer von einem schönen Anblitz geredet, von daher war es so, ja, wahrscheinlich eine Frau, aber muss natürlich auch nicht, kann ja auch einfach ein schöner Menschenkopf gewesen sein. Ich frage mich ein bisschen, warum Robert E. Howard an der Stelle die Entscheidung getroffen hat, zu sagen, hey, wir machen da nicht noch irgendwie ein Epic Endbattle draus, sondern nehmen das bloß als kurzes Ende, dass die Person geköpft wird, dann die lustig herumzuckt, der Paravan wird umgeworfen und dann kriegt Conan Schiss, weil da ein Menschen, also ein Schlangenkörper ist. Die Sache ist ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, es ist ja nicht das erste Mal, dass bei Conan, oder, also vielleicht stimmt es auch gerade gar nicht, aber ich hatte das Gefühl, es gab schon mal Schlangenmenschen in den Kurzgeschichten, die wir bisher hatten, von daher weiß ich nicht genau, warum Conan jetzt an der Stelle so viel Schiss hat, obwohl er ja ansonsten so gezeichnet ist, als der Barbar, der eigentlich überhaupt keine Angst kennt. Was denkt ihr? Ich überlege ja immer wieder, ob ich irgendwann mal einen Vorleses, also ob ich zum einen das irgendwie schaffe, häufiger vorzulesen, auch Offstream, um darin einfach wieder oder überhaupt mal besser zu werden. Und ich glaube, was dem Ganzen total viel bringen würde, wäre, die Texte jeweils vorzubereiten. Und vorzubereiten an der Stelle heißt halt vor allem irgendwie mal durchzuschauen, hey, okay, wer sagt was, um da dann die Stimmen der einzelnen Charaktere halt besser anzupassen und auch in irgendeiner Form zu entwickeln. Weil so, wenn ich es immer spontan mache, ich zum einen merke, dass ich nur in einer bestimmten Range von Trickstimmen am Start bin, weil es einfach je nach Tagesform irgendwie unterschiedlich ist, muss ich mal schauen, muss ich mal schauen, wann ich dazu Zeit finde. Grundsätzlich Lust ist da, allerdings ist das auch so eine Arbeit, wo es dann bei mir eine gewisse Frustration gibt. Irgendwie mal ein sauber eingelesenes Ding zu haben, wäre total cool, aber ich frustriere mich dann immer selbst damit, dass ich irgendwie dann ganz, ganz lange am ersten Absatz herumdoktere, anstatt einfach mal relativ gut durchzuziehen und mir dann einfach das bis zum Ende durchzuziehen, um dann halt im Schnitt das Ganze zu bereinigen. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.